den habe ich geschossen für einen euro ja habe ich jetzt vor ich habe ein bisschen draht hat man schon mehr eingetopft hier sind übrigens auch die löser stefan scheitweiß luftige erde sieht man jetzt nicht so gut aber glaubt ja ich weiß ich soll nicht immer sofort raten aber ein freund aus asien meint das funktioniert das macht den baum nix wollen wir noch mal ein bisschen draht So. Ja, mach mal den da. Fangen wir einfach, mittendrin an. So, hier noch die Zweige. Eins, zwei, drei. Möchte ich hier mal sehen. Was ich eigentlich weg haben. Eins, zwei, drei, vier. Ach, die riecht aber gut. Was machen wir denn jetzt? Tja, wie das Bäumchen heißt. Irgendwas mit Blue Cream oder so. So. Nicht gut. Super. Boah. So, mit Spaß bereit. Zack. Trag mal zwischen den Zweiten hoch. So. 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 Dann können wir hier etwas einkürzen, etwas einkürzen, etwas einkürzen, der nach unten geht. Das sieht ja schon mal gut aus. Was soll ich dir erzählen? Also, ehrlich gesagt. Okay, ich werde das in hier. Okay. Das ist mal kompliziert, will ich sagen. Ich glaub ihr seht schon mal, wie das wird, ne? In etwa. So. Und ich nicht... Tja, also der Spitzer. Nach hinten will ich nicht. Weg. 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 Vielen Dank. 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 Ja. Okay. 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 So. Okay. 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 Let's... Let's go. 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 Let's go.